Musik Ja, moin Leute, wir spielen heute in Wiesbaden in einem riesigen Fußballstadion Und die Aufstellung ist natürlich wieder 3-2-1, wie wir immer spielen, ist ja klar Und ja, flächenmäßig auf jeden Fall bisher das größte Konzert, mal sehen Und euch viel Spaß beim Wiedersehen Musik 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 Wie würden Sie Ihren physischen und unpsychischen Zustand beschreiben? Ja, definitiv Stormsticker gewinnen Ich meine, unser Motto ist Ballern, Ballern, Ballern Und natürlich ballern wir auch, wir haben auch einige Punkte eben schon reingehauen Und die Leute sehen das da draußen auch Ja, wie das eben so ist heutzutage Und nur das, was man heute gesehen hat, war Fußball War das Fußball? Auf jeden Fall waren das die größten Fußbälle und Bälle auch insgesamt Es sind überall richtig dicke Bälle geflogen Und ja, ich muss sagen, mir geht das auch alles ziemlich nah, muss ich sagen Also es ist alles eine sehr, sehr interessante Situation Da merkt man, dass einer wirklich andere hat Ja, danke Waren Sie denn mit der Aufstellung heute zufrieden? Die Aufstellung, ja, eine klassische 3-3er-Aufstellung mit anschließender 5-1er-Aufstellung Oder so Jedenfalls ist es ganz besonders wichtig, die Tonnen, die gekommen sind Und auch einfach der Rest Und wie rechtfertigen Sie das Tor der gegnerischen Seite? Die haben gar kein Tor gemacht Das war ein ganz klassisches Eigentor Und man muss auch sagen, die anderen sind Man fragt sich immer, warum hat es gelegen? Und, ne, warum hat es gelegen? Und woran hat es gelegen? Ja, so war es eben Was halten Sie im Allgemeinen von flitzenden Schlagzeugern? Die finde ich gut Ich hoffe, dass so was Nippelalarm